Hey, herzlich willkommen zu Love & Sex. Heute geht es um Penisformen. Da ich mich damit nicht ganz so auskenne, habe ich das der Mir überlassen. Sie hat 10 Arten gefunden und wir dürfen gespannt sein. Nummer 1, der Pilzkopf. Vorne dick, hinten dick. Powered Pilz. Diesen Penis kann man ohne Probleme in eine Pilzsammlung stecken und der würde nicht einmal auffallen. Obenrum fängt er ziemlich kräftig und voluminös an und nach unten wird er immer dünner. Ja, liebe Männer, dieser Vergleich ist schon ziemlich hart. Dazu kommt aber noch die Tatsache, dass diese Penisformträger es sehr schwer haben, ein Kondom zu finden, das gut sitzt. Das ist aber kein Nachteil beim Liebespiel, denn der Penis hat ja immer noch einen breiten Part. Nichts dagegen der zweite. Nummer 2, Slim Jim. Lang und dünn. Joko Spargel. Lang wirkt ja auf den ersten Blick recht vorzeigbar. Allerdings bringt Size Zero beim Sex nicht wirklich etwas. Bei der Frau fühlt sich das dann eher so an wie ein wildes Rumgestochere. Da passt dann doch der Spruch, es kommt nicht auf die Länge an, sondern auf die Dicke. Nummer 3, der Dirty Harry. Unansehlich und deformiert. Pete Banana. Wenn ihr mit einem solchen Schmuddel im Bett landet, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Erstens eine Ausrede finden, warum ihr ganz schnell wieder weg müsst. Und zweitens einfach das Licht ausmachen. Um es mit ihm auszuhalten, braucht ihr einfach etwas Zeit, um euch daran zu gewöhnen. Nummer 4, der kleine Dicke. Danny Kartoffel. Das gute Stück ist ziemlich rund und kurz geraten und wirkt nicht gerade sexy. Aber diese Form bei seinem besten Stück bedeutet eine Menge Spaß im Bett. Denn wie schon gesagt, kommt es auf den Umfang an. Nummer 5, der Pelzige. Chewbacca Mais. Ist ihm so kalt oder warum trägt er einen Winterpelz? Diese Penisform wird man noch selten zu Gesicht bekommen, denn sie ist vom Aussterben bedroht. Doch bei der heutigen Körperpflege ist eine Intimrasur schon zum Standard übergegangen. Allerdings gibt es noch Fans von dem natürlichen Look. Ein Vorteil, ihr könnt euch nach dem Blowjob die Zahnseite sparen. Nummer 6, der kleine Dünne. Elijah Möhre. Der Besitzer dieses Modells macht gerne auf dicke Hose und neigt zum Konkurrenzdenken. Allerdings kann er im Bett nicht verstecken, dass er im Vergleich zu anderen Penisformen auf dem letzten Platz landet. Allerdings kann dieser Mann trotzdem punkten, indem er sich mit den Techniken beschäftigt und eine Frau mal schön verwöhnt, anstatt nur ein Stumpfes rein und raus. Nummer 7, der perfekte Ryan Zucchini. Dieser Penis besitzt die perfekten Proportionen. Er ist lang und relativ dick im Durchmesser. Allerdings weiß sein Besitzer, dass er bei den Frauen als Superlover gehandelt wird. Dadurch ist er etwas prädestiniert zum Fremdgehen und hat viele Affären. Also Frauen, freut euch, wenn ihr mal im Bett habt, aber es ist zeitlich begrenzt. Nummer 8, der Muskulöse. Channing Gurke. Groß, prall, muskulös. Schade nur, dass man den Besitzer nicht ansieht, was für ein Prachtstück er mit sich herum trägt. Er hat eine große Ausdauer, ein Sportler eben. Nummer 9, der Krumme. Owen Banane. Er ist etwas schief und krumm, dafür ist er aber beweglich wie ein Yogalehrer. Denn er kommt an Stellen ran, die andere niemals erreichen würden. Er kennt nämlich den direkten Weg zum G-Punkt. Nummer 10, der Umhangträger. Harry Laufmann. Gibt es einen Grund, warum er sich unter seinem faltigen Umhang versteckt? Ist das vielleicht ein Zauberumhang? Keine Angst, sobald ihn erregt, kommt er aus seinem Verstecker vor und zeigt sich in seiner vollen Pracht. Das ist wie bei Weihnachten, es gibt immer wieder was zum Auspacken. Gut, das war jetzt ein bisschen ironisch und überzogen dargestellt, aber ein bisschen Spaß muss sein, oder Jungs? Also bitte nicht böse sein. Ihr könnt stattdessen in die Kommentare schreiben, was ihr euch als nächstes für ein Video wünscht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Unter mir gibt es noch zwei weitere Videos vom Survival Guide und oben rechts könnt ihr abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dann, eure Mia. Bis zum nächsten Mal.